Franz-Josef Jupp Tenhagen ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Trainer. Spielerlaufbahn In der Bundesliga spielte er von 1971 bis 1988 für Rot-Weiß-Oberhausen, Borussia Dortmund und den VfL Bochum. Für Bochum war er insgesamt zwölf Jahre lang aktiv. Tenhagen spielte als Abwehrspieler 457 Mal in der Bundesliga und erzielte 25 Treffer. Er kam auf drei Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft. Darunter auch 1977 beim 1-zu-1 im Freundschaftsspiel gegen Brasilien im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro vor 160.000 Zuschauern. Eine Verletzung verhinderte seinen Einsatz bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Trainertätigkeit Als Trainer betreute er unter anderem den VfL Bochum, die SG Wattenscheid 09 und den LR 1. Mit Wattenscheid und Ahlen stieg er jeweils in die 2. Bundesliga auf. Lange Zeit war er in der Oberliga Nordrhein für den 1. FC Bochol tätig. Zwar erklärte er am 7. März 2007 seinen Rücktritt vom Traineramt, doch blieb er als Sportdirektor bei dem Verein. Dieses Engagement endete dann im Spätsommer 2007. Aus finanziellen Gründen wurde Tenhagen entlassen. Der 1. FC Bocholt stieg nach dem Weggang von Tenhagen in die Verbandsliga Niederrhein ab. Tenhagen lebt heute in Haldern, einem Ortsteil von Rees am Niederrhein, und betreibt in der Nachbarstadt Emmerich am Rhein ein Sportgeschäft sowie mehrere Fußballschuhen im überregionalen Bereich. Im Sommer 2008 wurde er sportlicher Leiter beim Kreisliga-AA-Verein SC 26 Bocholt, wo seinerzeit der ehemalige Bundesligaspieler Harald Keitmann als Trainer tätig war. Ab Sommer 2009 übernahm Tenhagen das Traineramt beim ambitionierten Bezirksligisten SV Griet und schaffte sogleich den Aufstieg in die Landesliga. Sein Engagement bei dem Verein beendete er am 12. Januar 2011.